Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 29. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 512 und ich werde heute und morgen für den Achim einspringen. Themen, die ich mit dabei habe, sind Apple Pay, Xiaomi, Fast, Pear, Zebit, Made for Amazon und Castro. Wir beginnen mit Apple Pay. Wie, kennt ihr das? Wird bis Ende 2018 noch garantiert in Deutschland eingeführt? Ein bisschen Zeit haben sie noch. Es sind neue Länder dazugekommen. Wer aber nicht dabei ist, dieses Mal wieder mal, ist Deutschland. Gestartet hat es in Kasachstan, in Saudi-Arabien und in Belgien. Na dann, happy Shopping, fleißig Geld ausgeben, würde ich doch mal sagen. Ja, es ist verkündet. An der Hausmesse von Xiaomi hat eben besagtes bekannt gegeben, dass sie in Zukunft offiziell mit Ikea partnern. Die ganzen Smart Home Produkte oder einige der Smart Home Produkte, die man bei Ikea kaufen kann. Thread-Free, das System, was ich ja auch fleißig ausgetestet habe für den lebessmart.ch-Blog und unter anderem auch im Geek Talk, wenn wir wieder mal darüber berichten. Die sind oder kommen schon aus dem Hause Xiaomi. Jetzt ist es offiziell in dem Sinn, dass man eben das Ganze zum einen noch ausbauen wird, aber natürlich auch die ganzen Thread-Free-Produkte kompatibel macht für das Xiaomi-Ökosystem. Denn auch die haben eine eigene IoT-Geschichte. Das Mi-Netzwerk oder das Mi-Home-Ökosystem, wie sich das Ganze nennt. Und da soll das Ganze dann eben auch drin funktionieren. Wir dürfen mal gespannt sein, was da noch alles kommt. Xiaomi ist ja so ein bisschen das Samsung von heute. Auch die bauen neben Smartphones von da, wo man sie meistens kennt und ein bisschen Smart-Home-Geschichten und Staubsauger noch viele andere Geschichten und dürfen gespannt sein, was da noch alles so kommen wird. Ein Ding, was bei Apple wunderbar ist, ist die Möglichkeit, Musik zu hören. Egal, ob über Kopfhörer oder über Lautsprecher, die über Bluetooth verbunden sind. Das funktioniert da einfach deutlich, deutlich, deutlich besser, stabiler und auch schneller. Oder man denke nur an die AirPods. Einmal geöffnet, kommt gleich die Möglichkeit, es mit dem Gerät zu verbinden. Ist einmal verbunden, ist mit dem Apple-Account verbunden. Und somit dann auf jedem Gerät verfügbar, das eben in diesem Cloud, also in dieser Cloud mit drin ist. Schnelle Switchen und solche Geschichten sind damit möglich. Und da möchte jetzt Google endlich auch nachbessern. Fast-Pair nennt sich das Ganze und will nächstens eingeführt werden. Auch hier die Möglichkeit, sobald das mal verknüpft ist mit dem Google-Konto, sollen alle Android-basierten Geräte über Android 6.0 dann somit verknüpft sein. Chrome-Books und Geschichten mit Chromecasts sollen ab dem nächsten Jahr dann auch noch dazu stossen. Natürlich fehlt hier aktuell noch die Basis an den Hardware-Herstellern, die da mitmachen. Aber es ist für die Android-Welt zu hoffen, dass da ziemlich schnell auch andere aufspringen werden. Ein bisschen traurige Neuigkeit. Aber sind wir mal ehrlich, wir hätten abends schon lange gedacht, dass es in die Richtung geht. Nach knapp drei Jahrzehnten geht die Computermesse CeBit dem Ende zu. Im nächsten Jahr wird es keine CeBit mehr geben. Gegen Ende oder zu der Jahrtausendwende hatten sie mal 830.000 Besucher angelocken können damit. Das war so der Höhepunkt. Und damals war es auch noch die grösste Computermesse, die es weltweit gab. Und seither hat es stetig abgenommen und wurde rückläufig. Auch die Geschichte im letzten Jahr mit dem Wechsel aufs Frühjahr und das Kombinieren mit neben Messe auch noch Musikangebote etc. Ähnlich wie man es von gewissen Messen in den Staaten her kennt. Das hat nicht funktioniert und es ist nochmals von 200.000 runtergegangen auf 120.000 im letzten Jahr. Und aus dem Grund hat man das Ganze jetzt leider beerdigt. Schön war es mit dir, CeBit. Und Apple hat ja schon seit vielen Jahren, über 13 Jahren, das MFI-Programm am Laufen. Früher hieß es noch Made for iPod, also die Musikwiedergabegeräte. Später wurde es dann zum Made for iPhone. Damit zertifizieren sie Hardware, die eben speziell kompatibel nach Richtlinien von Apple gebaut werden. Und ja, noch ein bisschen Geld darf man an Apple abdrücken pro verkauftes Gerät oder Produkt. Und schlussendlich hat man dann eben die Zertifizierung. Und der Kunde weiss, wenn ich ein Produkt kaufe, das MFI-zertifiziert ist, das wird mit der Apple-Hardware perfekt zusammenarbeiten. Das gleiche hat jetzt Amazon auch ins Leben gerufen. Made for Amazon nennt sich das Ganze. Schaut auch optisch ähnlich aus. Und in den Staaten zumindest gibt es schon das eine oder andere Produkt, das soweit zertifiziert ist. Hier ist aber Amazon nicht ganz so offen, wie es Apple ist. Wie gesagt, Apple lässt da jeden rein, zumindest derjenige oder diejenigen, die sich an die Vorgaben von Apple natürlich halten, immer das Gleiche. Bei Amazon ist es so, dass man nur Hersteller zulässt, die Zusatzprodukte anbieten oder Zusatz-Gadgets anbieten, die Amazon selber nicht im Verkauf hat. Also es könnte natürlich auch sein, wenn plötzlich Amazon dann auch auf dem Pferd aufsteigt, dass dann da wieder jemand entlabelt wird. Wäre unschön, aber könnte passieren. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit, die ich auf einem von meinen Blogs aufgeschnappt habe, auf podcatcher.ch. Da schreibe ich ja über oder reviewe ich ja diverse Podcatcher-Apps. Und zwischendurch gibt es natürlich auch mal eine News in dem Bereich. Und heute möchte ich euch eine News zu der Castro-App. Link zum Testbericht und zu den News sind natürlich in den Shownotes mit drin, für diejenigen, die es interessiert. Die Castro-App, die unter anderem auch bei unseren Hörern sehr beliebt ist, gab es ja vor nicht mal allzu langer Zeit in der Version 3.0. Später kamen da noch ein paar kleine Updates mit dazu, aber allzu viel hat man nicht mehr gehört. Jetzt kommt offiziell die Vermeldung, es wurde eine Mehrheitsbeteiligung vom Unternehmen Tiny, wie man es auch immer ausspricht, abgewickelt. Heisst, Castro gehört jetzt Tiny Tiny und die erleichtern jetzt den Mitarbeitern von Castro das Leben. Somit, sie meinen damit, können sie es ruhiger nehmen und sich wirklich auf das Coden und das Weiterentwickeln der App konzentrieren und haben weiterhin sonst rundherum weniger zu tun. Was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Und Tiny Tiny hat sich schon hervorgetan, die haben zum Beispiel damals Slack von Grundhauf neu aufgebaut. Sie haben, was haben die noch gemacht? Die haben noch, lest doch selber nach, wenn es euch interessiert. Dribble, genau das war's. Dribble und Tool, also das Projektmanagement-Tool Flow ins Leben gerufen und weiterentwickelt. Also somit darf, oder die Hoffnung bleibt bestehen, dass Castro jetzt halt wirklich deutlich noch besser wird. Das ist ja auch meine Zweit-Podcatcher-Wahl. Meine Zweit-Podcatcher-Wahl, wie man es auch immer ausspricht. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich werde morgen nochmals eine Folge raushauen. Ich kann nicht genau sagen, ob ich es pünktlich schaffen werde, da ich in Deutschland bin und nicht weiss, wie ich da WLAN und Netz habe. Aber wenn es alles klappt, habt ihr pünktlich um 4 Uhr die neueste Folge dann auch bei euch im Podcatcher. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen und erfolgreichen Donnerstag. Habt viel Freude, viel Erfolg, bis bald. Euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.